Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Es wurde wieder eine Tür angeschossen in der Saints Row Street. Ella, Tom, ihr beide seid gefragt. Ja, das sind ja wir beide. Na, das seid ihr zwei süßen, ja. Seht ihr die Wand? Die ist hüpf. Hat aber nix zur Sache zu tun. So, ihr zwei süßen Prinzessin müsst euch jetzt mit diesem Scheiß hier beschäftigen. Wer ist eigentlich die Frau in eurer Beziehung, hä? Du? Du kannst bestimmt voll gut kochen. Jetzt kümmert ihr euch mal um den Fall und danach gibt's erstmal ordentlichen Tag. Bums, das ist natürlich nur ein kleiner Schatz gewesen. Das wäre viel zu unmännlich. Okay, das hier scheint die angeschlossene Tür zu sein. Wow, woher weißt du das? Sie ist angeschossen. Ja, Moment, ich komme. Was wollt ihr denn, Scheißer, hier? Ich bin Ella. Das hier ist Tom. Zusammen sind wir Ella und Tom. Gestern Abend wurde eine Tür angeschossen. Ihre Wohnung hat auch eine Tür. Okay, was soll der Scheiß? Seid ihr behindert oder so? Okay, das nehmen Sie jetzt bitte zurück. Meine Mama sagt, ich bin etwas Besonderes. Sie blöd Kuh. Okay, ich geb's auf. Kommt beide rein. Dann lege ich euch persönlich um. Muss nur kurz mal Knarren holen. Was? Der will uns irgendwo hinlegen? Wo ist das gute Stück? Hä? Wo ist meine Knarre? Moment mal, jetzt hab ich's begriffen. Der will uns töten. Bam! Hey Ella, mein Gehirn hat gerade ein Lebenszeichen von sich gegeben oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir alles klar geworden. Er ist nicht der Einzige mit der Tür. Er ist nicht der Einzige mit der Tür.